Hier Meister, Meister, bleib mal stehen. Was sollte denn der Stinkefinger gerade? Was sollte das? Okay, hau'n weg. Spieler in der Police. Okay. Plexi, auf. Okay. Jo, wenn er am besten wach war, dann... Geh jetzt kurz leise, ja? Nötigste. Ist er drinnen noch, ja? Ich hab ihn nicht rauskommen sehen. Oben die Tür ist auch noch zu. Ich geh von hinten ans Eckgebäude. Er steht vorne. Er läuft, ey. Das ist ein Bambi. Hier, zu mir ist er. Hier ist er. Er läuft rüber, die Schienen rüber. Er hat nur einen blauen Rucksack. Soll ich ihn erschießen? Ja, ich... Warte, ihr könnt auch noch was fragen. Soll ich schießen? Wie ist ihm die Beine weg? Bleib stehen. Hallo. Heyo. Bist du allein? Bist du deutsch? Bist du deutsch? Hast du kein Headset? Wo seid ihr? Der zeigt einen Wichser. Hier, Meister. Meister. Bleib bei stehen. Was sollte denn der Stinkefinger gerade? Hä? Was sollte das? Okay, hau ihn weg. Nicht... Echt? Ich brauch die Kroos. Warte die Nacht. Ja, ich... Ey, wer ist das denn? Wer ist das denn? Ach, das ist einer von uns. Er läuft hinter der Bracke durch. Gibt's ihn? Ich hab nie auf dich geschossen. Achso, okay. Du darfst mir bloß hier in die Schussbahn rennen. Da vorne rennt er. Ja. Meiner zittert aber auch wie ein Kuhschwanz, ey. Ja, aber wir laufen. Lass uns spielen, Mann. Geht mir aus dem Schussbereich. Alter. So, jetzt kommt, Arra. Jetzt ist freie Bahn. Arzt, Mann. Bäm. Jo, er hat den. Jo, jo. Warte, wenn er unconscious ist, ist alles gut. Ich grüß da gleich nen Sack auf. Der mit der Axt bitte mal um die Zombies kümmern. Zombie hinter dir. Wir legen die Sachen zum Looten gleich weg. Da rennt einer auf der Hauptstraße runter. Ich komm raus. Ja, ich seh ihn. Den flakier ich. Warte mal ab, Mann. Komm mit her. Oh, Schüssel. Ich. Achso. Sieht der denn nach Bedrohung aus? Warte doch einfach rauf auf den da jetzt. Ist er immer noch auf der Hauptstraße? Ja, der läuft ins... Der ist im Drehmaschinengebäude hinten raus durch den Hinterausgang. Ich hab ihn grad gesehen. Was ist dein Drehmaschinengebäude? Er rennt zur Fabrik. Was ist dein Drehmaschinengebäude? Ich bin hinter, ja. Er ist hinter das Gebäude. Ich renne vorne lang. Jemand hinter mir lang. Ja, ich hoffe, ja. Ich glaube, er ist durch den kleinen Schlitz. Er blutet, glaube ich. Das will ich hoffen. Ja. Alter, da steht er. Schießt du auch Motor aus? Ich bin an Conscious. Ja, klar. Weg. Ich bin an Conscious. Wo ist er denn? Bei den roten Containern. Ich hab ihn. Kann mich einer mal wiederholen? Ich hab was im Rucksack. Du hast ihn. Fuck. Seid ihr nicht alle tot, ne? Ah. Ich konnte nicht schießen. Ich hab den Bug. Der hat mir nicht mehr geholfen. Mahlzeit. Mahlzeit. Wo ist er denn? Zwischen den roten Containern hinter der Fabrik. Wo die Schienen anfangen. Wo der Slower Zoll ist. Wo er kein eigener ist. Jetzt, ich blute, ich blute, ich blute. Und Diablo? Wollen wir einen anderen Channel? Ja. Ey, Leute, sind jetzt alle gestorben, oder was? Ey, wer ist das da jetzt? Hat jemand einen grünen Hut von euch? Nein, ich hab einen grünen Helm. Ich hab einen grünen Hut und lieg vor dem roten Container. Und der steht dazwischen. Der hat jetzt beide Unconscious, oder was? Ja, ich bin Unconscious. Ich bin Unconscious. Und wer rennt da jetzt hinter der Firma entlang? Ich. Nur mit den roten Sachen da, bitte. Ich bin Unconscious. Ich bin Unconscious. Na, hab keine Ahnung, worauf ich jetzt schieß. Genau, ich seh dich. Ey, ich bin wieder da. Ich schiele mich. Wie schießt ihr denn jetzt noch alles? Verbinde dich schnell selber. Lass mich doch schießen, Mann. Ich wollte sicher gehen, dass der tot ist. Ich hab ne Fakt Ruhe. Bei mir müssten Morphine im Rucksack sein. Ich hab Morphine. Achso. Zombie. Verbindest du mich nicht, ne? Warte. Warte, ich kann das mal. Zombie. Gar nicht. Warte, oder? Wann da? Hab ihn. Macht weiter. Ey, auf wen schießt der denn da? Achso, okay. Das ist einer von uns. Wer schießt da? Keine Ahnung. Wo seid ihr denn? Ich wurde abgeschossen, meine Freundin. Da ist ein Zombie, Zombie auf mich. Ich bin da bei der Firma, bei der Firma. Zombie auf mich. Ah, bin bewusstlos. Wo war er denn? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich auch nicht, aber links von seiner Leiche. Das wären die roten Container, da bin ich. Da ist keiner. Da. Da ist einer. Ne. An der, an, stehst du an der Halle mit der blauen Tür? Ja. Da hinten vorne. Ich bin das hier, ich bin das hier. Ich bin das hier, der einfach abgeschossen hat. Auf jeden Fall wollte ich eben abgeschossen. Ich hab ne Fraktur, aber ich weiß nicht wo. Am Arm wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich renne, ich renne eben zu Sexy. Tankstelle ist wieder hochgegangen. Ja. Auf jeden Fall, wenn gleich einer... Wo, wo, wo warst du, dass du abgeknallt werden konntest? Ja, an seiner Leiche. Ja. Äh, da vorne hab ich einen gesehen, an der blauen Tür. Am Turm da, rechts unten. Hinter dem Tank habe ich einen gesehen. Sexy, bist du tot? Ne. Nein, ich bin hier. Wer schießt da? Ich brauch hier einen Nahsicherer in den rückwärtigen Raum. Egal, Sexy, dreh dich in die Richtung, da vorne. Da kommt ein Zombie-Zeug. Ein Flau-Tor. Ja. Tot! Er ist tot. Er ist tot. Ich bin tot. Ja, der schießt von da hinten. Von gerade aus vom Turm. Vom großen Turm. Ist der. Meine Sachen. Sexy, meine Sachen daneben legen. Da sind die Stöcker drin. Nimm dir den Scheiß raus. Aber schmeiß alles, wenn du F drückst. Einfach nach links raus schmeißen. Toll. Ich glaub mein DC hat einen weg. Tch. Sprechner Neustarten. Ich hör dich. Und den Zombie, ne? Ja. Hatte ihr hier auch schonmal einen Anglerhaar an? Äh, hattest du eine Dings-Tasche gehabt? Eine Verbands-Pills-Kit-Tasche? Ich? Ja. Ja. Gut, das hab ich von dir genommen. Das war das noch, als ich da lag was wichtiges. Was ist denn der Rucksack? Welcher? Der orange? Ne, meiner. Mein, 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 mein Dings-Rucksack. Hast du meinen Rucksack nicht ausgezogen? Doch, das sind aber drei Leute gewesen. Einen hab ich erschossen, der kam hier vorne an mit einem kleinen Orangen. Und hinten war jetzt bis eben noch einer, äh, der ist für mich komplett nackt rumgelaufen. Nur mit Waffe und Rucksack. Hinter dir niemand. SKS bitte. Erstmal. Die ist hinter dir an der Wand. Alter. Die SKS, die hat ja... Was hat die für'n Mac drin? Sind das auch schon wieder Hacker gewesen, oder was? Alter, das kann's nicht sein, ey. Naja, scheißegal. Jetzt ist es meins und jetzt reiben wir die auf. Musst du schon einzeln drücken. Ja. Musst du einzeln drücken. Du hast doch alle SKS, gar kein Dauerfeuer. Nö, weiß doch nicht. Er muss halt nicht nachladen. Du übelst praktisch. Also ich schieß da mal draußen mal, ne? Ich loge mich jetzt, äh, diese Gunten auf dem Server drauf. Ja. Warte mal. Aktualisieren. Ich seh euch nicht, ich springe... Ich bin aufm anderen Server, ne? Nicht das so. Da ist� there. Wo? es ist ja nicht mehr auf dem server hier drauf das ist ein Russe gewesen hast du ihn abgeschossen? ja klar, scheiß auf die Russen der hat mein Zeug gegen geschnurrt, der Penner ich find das immer sehr beängstigend, wenn das Ding mehrmals hintereinander direkt hochgeht so pium 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 wer schießt? oh alter du kleiner dreckiger Bastard nimm dir und sexy läuft da vorne ja das ist natürlich auch, ich hoffe ich hab dich nicht getroffen ja auch hast du oh fuck ist egal ich hab, wie gesagt ich hab dich gar nicht gesehen du kamst gerade hinter dem Haus vor ja ich hab dich geleckt so aber du hast mir nichts kaputt geschossen gleich der Schütze pf machst du da klasse bist du schon da Hanni? ich hab keinen Bock, dass ich wieder sterb ich komm einfach zu euch rüber, ich hab keinen Bock zu sterben wer ist das hier vorne? ich ach so du bist das ich wollte doch schießen, ey ich komm einfach zu euch rüber gerannt, ich hab keinen Bock zu sterben ich hab keinen Bock zu sterben wir kommen jetzt, wir kommen jetzt zu dir ja ja bleib stehen da da wo die Sachen liegen, ne? ja der Zombie killt das Wildschwein, Hanni ich bin bei den Containern ach so so, jetzt nochmal küsse lol auf mich, ja von? irgendwo ist einer ich glaub auf der Fabrik oder so'n Scheiß ne neben den Bahnschienen da da bei den Eiger, da bei den Schlitz ah ich bin tot wo warst du? die sitzen im Backraum die sitzen im Backraum im Backraum ich bin genau hinter dir gewesen genau hinter dir welchen Backraum? nimm uns nimm uns nimm uns verarschen, alter kleiner Pisser hast du ihn jetzt getötet? ne, er hat uns getötet ich renn ich hab einen getötet das rote Haus auf der Freifläche, oder? jaja, da wo dein Hals ist wo es dann weiter nach Westen ist das kleine rot-grüne Haus ja da bin ich jetzt in seiner Buschgruppe drin ne? ich bin, ich bin wieder im Berantino pass auf, geh weg, geh weg geh aus dem Besichtbereich ja, ich bin wieder im Berantino wo seid ihr? ja, ich renn hier irgendeinem auf der Straße hinterher oh fuck wer, wer schießt da? renn weg da sind zwei neben dir an dem Profi Haus und noch ne AK dazu hast du überlebt? ja sind die tot? nein kannst du dich verpissen von da? ja doch, ich ja, in deiner Knarre da drin, ja ja da sind aber jetzt da kommt die Knarre da kommt die Knarre die Knarre die Knarre die Knarre ja, geh mal hin und hol mal die Knarre sag zu mir Hacker hat aber ne M4 mit unendlich Muhen oder was du kleiner Spinner der mal auf der Straße, Dig ja, ne der, den wir haben laufen lassen der, der, der erst als Bambi da lang gegangen ist der hat da seinen Scheiß aufgehoben und das ist immer dasselbe gerade ne SKS von denen erbeutet oder was auch immer dann haben die auf einmal wieder ne M4 jetzt war der tot jetzt hat der wieder ne M4 wahrscheinlich auch mit unendlich Muhen wo kriegen die die ganze Scheiße her? ja und mich Hacker nennen die Affen weil ich die ihren Scheiß aufhebe vor den Hochhäusern deine Leiche liegt hier glaube ich nicht mehr, Failord ich komm runter wenn das der Kran ist direkt neben der Halle kein Kran wir laufen den gleichen Weg wie eben zurück das ist einfach nur so ein Metallpfeiler der da nach oben ist und mit so ner mit so ner ach so mit so ner Rundschau ja so, jetzt ja genau bei dem Ende von den Lagerhallen Richtung soll Nietzsche liegen schön außenrum hä wie Richtung soll Nietzsche das war Richtung Kami Wobo schau mal kommen wir hier rüber ohne dass die uns sehen? Kami Wobo ist soll Nietzsche ok nice ok er ist aufgestanden er guckt gerade in eine andere Richtung Hanni kannst du zielen? er misst jetzt wieder hingelegter Spacko ja und meiner wackelt wie scheiße hier alter aus der Entfernung schaffe ichs nicht ja der muss deiner muss sich beruhigen ne? ja ja wir weichen jetzt wieder aus wir suchen uns ne andere Position wegt sich andauernd der Idiot wie krieg ich ihn denn beruhigt? muss er was fressen? muss er sich ausruhen am Feuer oder? also wenn du ganz ruhiges äh Handling haben willst musst du healthy sein bin ich und ansonsten darfst du äh etwas länger nicht gerannt sein stürmisch ja du scheiße oder du haust den Morphin rein hab ich nicht vielleicht auch weg aber der ist doch relativ schnell wieder ziemlich ruhig meine Güti diese beschissene Tankstelle ne? jo ich bin ganz vorne an der Mauer ja ich bin hinter dir ich bin gleich wieder am Beranzino ich bin gleich wieder am Beranzino ich bin schon gleich wieder am Beranzino ne? in welches Haus wollen wir denn gehen? ähm wenn du hier guckst ach so von hier siehst du es nicht egal renn einfach vor äh ok da kommt ein Zombie wir haben Argroff Zombie gezogen jo den nehm ich noch mit dass er uns verrät ja down ok also da drüben liegt einer lauf jetzt kann er uns natürlich super sehen ja ich brauche nur einen einzigen Treffer einen Oberkörper oder oben die sehen mich nicht die wissen nicht dass ich hier oben bin dann du rennst aber schnell Hanni ja hast du ihn abgeschlossen? ich kann nein ich hab keine Knifte ich hab nur ein Messer in der Hand ne Bajonett wo bist du Mars? ich bin auf dem Turm von denen was? warte ich klettere ich klettere ich klettere ich klettere hoch aber die haben Sichtbereich in meine Richtung fast dann warte vielleicht kannst du die ablenken wenn wir da sind ja genau einfach kurz anlabern oder sonst irgendwas dass die ganz kurz weg gucken die können mich ja bestimmt gleich sehen die können mich ja bestimmt gleich sehen ja jetzt hat er mich gleich gesehen der zielt auf mich er hat sich hingesetzt die loggen sich aus der eine loggt sich aus oder auch nicht doch die loggen sich aus hoch Boxen um immer schön auf den Kopf hauen Hanni wo bist du jetzt? du bist gerade bei mir geglitscht rechts von dir rechts von dir hinter hinten nicht ins Hochhaus ja ja ich bin jetzt ich bin rechts hinter dem Hochhaus andere Seite ich steh vor dem Hochhaus auf dem ersten oder was? hier komm ich steh geradeaus von dir nein rechts Straße rechts geradeaus lol warum seh ich dich nicht? ah ich seh dich jetzt hast du hingekriegt die zu boxen oder was? hast du einen? ja geil geil der andere ist weg wir gehen hier rein ja hier ist alles offen Junge egal wenn sie sich auslocken Matthias hat sich ja schon hier ist alles offen Junge ganz hoch ganz hoch kein Fenster in die Richtung nein egal diesen wenn er sich jetzt einen hat alter drei? hä? das waren eben drei Explosionen kommt das nur wenn sie sich hier einloggen oder wenn sie in die Nähe kommen? einloggen ja da seh ich Matthias oben rumlaufen Junge ich wurde beschossen von wo? komm weg da oder ist das das war der scheiß Tröppenbug wahrscheinlich wieder wahr? mein leg ist in pain mein leg ist painful ok ne ja das war der Tröppenbug jetzt bin ich wenigstens ganz ruiniert tschüsse ganz nah bei uns im Moment komm du bist du bist du bist blabida du bist du bist du bist du bist du bist du bist ist irgendwas nein schon wieder schlüsse ich höre die nicht ich habe noch ein schuss das klingt nach als geist glaube ich als ob die von der police kommen oder so bis dahin kann ich nicht gucken Taktikovests haben die oder die stich sich an oder hier constructual was steht hier constructual using heavy duty february's this tactical west can be adjusted at the west and closest of a number of pouches designed to hold everything a soldier requires das sind westen die noch nie gesehen habe also die sehen übelst wie so schusssichere westen sehen die aus ok so wo seid ihr jetzt habt ihr irgendwen aufgeklärt nein haben wir noch nicht wir sitzen an einem gebäude in der hauptstraße kurz vorm eckgebäude fast bei der kirche die können sich doch hier gar nicht alle einloggen das geht doch gar nicht ey jetzt hättest du schon wieder alle tot oder was nein ich bin hier auf dem silo drauf hast du Sachen ja ich habe eben die Sachen abgenommen nice man hat eine Pistole er hat eine Mosin und eine Pistole nein nicht sonst den anderen Typen habe ich nicht gekriegt ich habe hier auf jeden Fall unendlich 5,56 mm Rounds das hatte der dabei Bloement das das der die das hier r die Vielen Dank.